So, wir sind hier noch im Shatter Skartal. Wir brauchen, also in der Quest Beschreibung hier steht Elite. Wir müssen aber keine Elite killen, glaube ich zumindest. Ja, ich weiß nicht wie das ist, weil wir haben untersucht die Krater. Wir sind durch alle Krater durchgeritten. Entropische Bestie. Wir sind hier überall langgeritten, aber wir haben trotzdem das Untersuchen nicht abgeschlossen. Entropische Bestie. Hier nochmal durchschreiten. Nö. Ich weiß halt nicht, ob wir vielleicht einen von den Elite-Mobs killen müssen. Komisch. Ja, wir sind halt... Bestie. Bestie. Immer noch nicht. Oder ist es schon fertig? Ach, das ist schon fertig. Das wurde mir aber gar nicht angezeigt, dass die Quest abgeschlossen wurde. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Schrecken. Dann nehmen wir den da. Wenn der Elite-Mob weg ist. Was haben wir hier? Bestie. Ja, wenn's gelb ist, ist ja die Quest fertig. Alter, gehen wir nicht auf den Sack. Weg. Weg. Quest fertig. Quest fertig. Sehr schön. Also, hat nichts mit Elite-Killen zu tun. Sehr schön. Ähm. Jetzt. Gucken wir erstmal, dass wir hier unbeschadet rauskommen. Äh. Die Quest. Brauchen wir nicht mehr einblenden. Wir machen jetzt die hier. Ja, weil es am nächsten ist. Also, wir müssen dazu hier hoch. Nach Jadefeuerbach. Die andere Quest können wir auch erstmal, wo ist die denn, hier oben ausblenden. Also, ich glaube, wir werden auch Level 52, wenn wir die andere Quest fertig haben. Ich muss mir das dann nochmal in dem, äh, im Video angucken, wann ich genau die Quest abgeschlossen habe. Von wegen untersucht. Weil, da wurde ja gar nichts angezeigt. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So, da vorne sind wir dann daheim. Ne, da oben nicht. Äh, hier geht's hoch. Ja, der Feuerbach. Ja, hier müssen wir auch wieder aufpassen, weil hier sind ja wieder, glaube ich, unsichtbarer. Und irgendeiner questet hier. Oh, ein Hexenmeister. Äh, der will wahrscheinlich Teufelsstoff haben. Äh, entfluchen. Dankeschön. Ach komm, ich muss die Quest hier machen. Ey, kannst du das mal lassen? Sehr schön. Wir laufen mal mit. Weil, da hinten müsste, glaube ich, der Savarix sein. Und, da hinten müsste, glaube ich, der Savarix sein. Und, da hinten ist wieder ein Fluch drauf. Ei, ei, ei. Ja, aber ich sag mal, das dürfte jetzt weniger das Problem sein. Die soll mal schön vorgehen. Wo ist dieser blöde Savarix? Ja, macht ihr mal da, was ihr wollt. Hä? Ich sehe hier aber auch keinen Leitstrahm von Savarix. So, einmal aufmounten. Oh, ist er gleich tot. Das tut mir jetzt aber nicht leid. Ich glaube, ich glaube, wir müssen da hinten hin. Füchser, Savarix. Ja, sieht gut aus. Also, die Höllenrufer zaubern. Okay, gut zu wissen. Okay. Und da ist Savarix. Und es gibt keine Unsichtbaren. Gut. Äh, der hat Level 5. Ja, 55. Schaffen wir. Schaffen wir. Müssen wir nur gucken. Ich hoffe mal, der Hexenmeister bin ich allzu lang nach Westen. Es könnte sonst etwas lang dauern. So, Stopp. So. Hallo. Willst du mich hier verarschen, Mann? Ja, ist gut. Nämlich. Was haben wir da? Verderbte Windblüte. Ähm, ich glaube, wir haben ja, jetzt muss ich überlegen. Ähm, gestern. In der Folge war. Das hatten wir ja die eine Quest abgegeben. Ähm, wo wir das Blutharz gesammelt hatten. Und ich glaube, hier diese verderbten Blüten kann man mit dem, mit der zennarischen Salbe, ähm, ja, wieder heilen. So, wir recken noch mal kurz. Okay, wenn, da steht noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, dann darfst du zuerst sterben, mein Freund. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass er zaubert. Und der ist weit genug von dem weg. Äh, ja. Okay. Ähm, einmal recken. Und dann killen wir Xavarix. Und dann müssen wir gucken, wo wir die restlichen herkriegen, wenn der da vorne immer noch am, äh, killen ist. Ja, das Problem ist halt wirklich, dass hier die meisten Teufelsstoffe tropfen. Der kann ja fast gar nichts. Okay. Flöte des Xavarix. Dieser Gegenstand startet eine Quest. Äh, bringt die Flöte von Xavarix um fünf Jadefeuer Teufelsbinder zu Aridon Bluewind im südlichen Teil des Teufelsvolts. Und fünf Jadefeuer Teufelsbinder. Moment. Äh. Jadefeuer Teufelsbinder. Was ist das? Ja, da braucht man die Szenarische Salbe. Okay. Jadefeuer Teufelsbinder. Tropen die? Ja. Ich weiß nicht, ob die Tropen. Keine Ahnung. Äh, der Trottel ist immer noch hier am Kämpfen. Jadefeuer Teufelsbinder. Äh. Hm. Was steht denn in der Quest? Möglicherweise tragen andere Saturhinweise darüber mit sich, was ihr da gefunden habt. Okay, heißt die Idioten, hier müssen das tropfen. Nö, nicht wirklich. Ist natürlich auch geil. Ihr wisst, wie wir damals hier unten in den Ruinen von Constellas die Quest gemacht haben. Ähm, wir haben da ja zuerst alle gekillt und dann den letzten, den einzelnen Boss. Wenn du hier wirklich alles erst killst und dann erst die Quest mit der Flöte kriegst. Das ist nicht so toll. Ja, ist gut. Aaaaaahhh. muss die flöte spielen oder haben das nur die höllenrufe haben wir ja auch schon gekippt ich habe halt auch keine lust hier erstmal 20.000 mobs zu killen nur um die eine quest abzuschließen wir haben einen bekommen ich schreck einmal und wir machen morgen hier weiter